Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich find's wieder euer Javi und ja wie geplant kommt heute das Video am Freitag und ja viel Spaß bei dem Video. Hoffentlich findet ihr das gut. Wenn nicht, dann nicht. Ja auf jeden Fall. Ich freu mich schon ja auf das Video jetzt. Hoffentlich gefällt's euch. Ich glaube ich lande Pochinki, weil da mal viel Remi-Demmi ist. Oder nicht hier. Äh, hier ist naja. Irgendwas. Ich versteck mich im Flugzeug. Keiner sieht mich. Hey lol. Wie, wie, ach. Das sieht ja grad ein bisschen komisch aus. Hm. Ach man. Die sind gleich da. Ich kotze das immer so an, wenn man so lange ein Flugzeug braucht. Das kotzt mich so hardcore an. Ich muss ja rausspringen, ne? Ich muss ja rausspringen, ne? Weil sonst find ich das hier nicht so gut, wenn ich das jetzt mein Part 2 und ich hab noch keinen einzigen Sieg gemacht. Und hier ist gleich schon der erste. Oder 5 Kills ist, glaub ich, das höchste, was ich gemacht hab. Ja lol. Hi, ne? Du auch hier. Den haben wir ganz leicht die Ehre genommen. Das lol hier ist einfach gleich schon der Nächste. Lol wie ich einfach den ersten Kill gemacht hab. Ich glaub, es leben noch 99 Leute und ich hab einen Kill. Deinemouth. Drei. 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 Komm. Hör mich von hinten, alter. Auf jeden Fall war das ein geiler Anfang, ey. Alle sind bei mir. Hoffentlich mache ich Ihnen diese Runde Merkels. Weil sonst bin ich traurig. Und das ist nicht gut. Und warum ist die Musik? Das trau ich mich auch. Und warum lädt das so lange? Danke. Jetzt muss ich noch. Ach. Ach. Ich will wieder verstecken. Keiner sieht mich. Äh. Äh. Okay. Alles. Klar, das Spiel wird mal so gar nicht. Soll ich doch rohzug? Ich geh rohzug. Ich geh rohzug. Schuhl. Putschinki. Ich geh rohzug. Ich geh rohzug. Ich geh rohzug. Putsch. 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 Putt. Das ist so scheiße. Was man nur noch drei Jahre braucht, wenn man unten ankommt, ey. Das regt auf, wenn man so richtig hat. Ich glaube, die anderen sind schon alle unten. Oh mein Gott, danke für eine Pistole, danke auf jeden Fall dafür, oh mein Gott, danke für eine Stopp, jetzt fehlen nur noch Gegner, da sind Schüsse, dann geh ich rein. Hier ist keiner, oh, danke für den Rotpunkt, bringt mir nix. Hu, ah, Gegner. Ich bin hier hier rum und hier ist einfach niemand. Jetzt aber gerade zuführe mir, Demi. Ja, er stehlt mir halt den Kill. Danke dafür. Dafür bedanke ich mich, für diesen geilen Killstil. Und da. Und da. Warum? Kein Bock mehr. Warum? Kein Bock mehr. Tschau Leute, teilt dieses Video mit euren Freunden und lässt ein Like da. Tschüss. Und abonnieren. Tschüss. 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 Tschüss.